Max und Moritz dachten nun, was ist hier jetzt wohl zu tun? Ganz geschwinde, eins, zwei, drei, schneiden sie sich Brot entzwei. In vier Teile, jedes Stück, wie ein kleiner Finger dick. Diese binden sie an Fäden, übers Kreuz, ein Stück an jeden, und verlegen sie genau in den Hof der guten Frau. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, Kikeriki, da kommen sie, Hahn und Hühner schlucken munter, jedes ein Stück Brot hinunter. Aber als sie sich besinnen, konnte keines recht von hinnen. In die Kreuz und in die Quer reißen sie sich hin und her, flattern auf und in die Höhe, ach, herrje, herrjemine. Ach, sie bleiben an dem langen, dürren Ast des Baumes hangen. Und ihr Hals wird lang und länger, ihr Gesang wird bang und bänger. Jedes legt noch schnell ein Ei, und dann kommt der Tod herbei. Witwe Bolte in der Kammer hört in Bette diesen Jammer. Ahnungsvoll tritt sie heraus, ach, was war das für ein Graus. Fließet aus dem Aug, ihr Tränen, all mein Hoffen, all mein Sehnen, meines Lebens schönster Traum hängt an diesem Apfelbaum. Tief, betrübt und sorgenschwer kriegt sie jetzt das Messer her. Nimmt die Toten von den Strängen, dass sie so nicht länger hängen. Und mit stummem Trauerblick Und mit stummem Trauerblick Vielen Dank.